Willst du es nochmal sagen? Ich bin ... aus. Ich bin Caro aus der Ortsgruppe Kassel. Es macht mich wütend, dass andere Tiere, die wir als Nutztiere deklarieren, eigentlich die gleichen Tierrechte haben sollten wie diejenigen Tiere, die wir als Haustiere deklarieren. Hunden und Katzen, die lieben wir, die versorgen wir. Und Schweine, Rinder, die lassen wir quälen und töten. Obwohl die die gleichen Empfindungen haben, den gleichen Lebenswillen, die gleichen Gefühle, Ängste, Freude, alles was dazugehört, hochintelligent sind. Das ist das, was mich am meisten wütend macht. Mich motiviert die Tatsache, dass es auch noch andere Leute gibt, man unter Gleichgesinnten arbeiten kann und einfach für die gleichen Ziele kämpft. Aktivismus ist mir wichtig, weil es für mich was Lebenserfüllendes ist. Es ist eine lebenserfüllende Tätigkeit und dass es in der Vergangenheit schon wirksam war. Das erkennt man immer wieder. Es ist wirksam, auf die Straße zu gehen. Es ist wirksam, was zu unternehmen.